Ihr seid nicht die Einzigen hier. Ah, nun das erklärt meinen fällenden Mann. Also, was ist euer Begehr? Blut. Ihr wisst nicht, worauf ihr euch einlasst. Ich schone euch nur, damit ihr eurem Meister diese Botschaft überbringt. Das Heilige Land ist für ihn verloren. Er sollte fliehen, solange er die Gelegenheit dazu hat. Bleibt und ihr seid alle Destorers.